Musik Ja, ihr lieben alle, dieser Kongressparadigmenwechsel, ist etwas ganz Großartiges und Innovatives, weil es nämlich genau zu dem Kernpunkt kommt, was braucht es, damit wir wirklich einen paradigmen Wechsel und zwar alle zusammen vollziehen können. Und dieser Kongress von Rosi Petri ist deshalb so besonders, weil ganz viele Sprecherinnen und Sprecher eingeladen werden, die zu diesem Thema aus ganz verschiedener Perspektive ihren Beitrag bringen. Und da Rosi Roswitha Petri so ein Herzensmensch ist und so eine hervorragende Gesprächspartnerin, ist sie auch in der Lage, genau das bei den Gesprächspartnern hervorzulocken, was eben den Kongress so einzigartig macht. Und es geht nicht nur darum, ein Wissen zu erwerben, sondern es geht um Herzöffnung. Es geht darum, sich um den Paradigmenwechsel, ja, sich dafür fit zu machen und sein Herz sprechen zu lassen und öffnen zu lassen und selber aktiv dabei zu sein. Insofern möchte ich euch sehr ans Herz legen, dass ihr euch anmeldet. Und ich finde auch das neue Format hervorragend, was ihr euch ausgedacht habt. Das habe ich sonst auch jetzt nicht weitergefunden. Also du bist da auch sehr innovativ und es gibt so viele Anregungen. Und man ist ja dann auch frei, sich etwas nochmal anzusehen oder sich mehr zu fokussieren auf eine Sprecherin oder Sprecher. Jedenfalls ist dieser Fächer der Möglichkeiten einzigartig. Und vor allen Dingen geht es darum, innovativ für den Paradigmenwechsel uns vorzubereiten. Und da möchte ich Rosi danken. Also ich kann eine Anmeldung wärmstens empfehlen und freue mich selber sehr auf diesen Kongress und habe es im Freundeskreis auch schon gestreut und hoffe, dass da viele Menschen sich wirklich auch entschließen, angesprochen fühlen und dann aber auch zur Tat schreiten und sich wirklich anmelden. Bis zum nächsten Mal.